Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Turing Machine. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Turing Machine. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe des Spiels, abschließend folgt dann wie gewohnt ein Fazit. Turing Machine, ein Spiel veröffentlicht worden auf der Messe 2022. Ich glaube, in der englisch-französischen Version, das war wirklich recht schnell vergriffen. Ich glaube, gleich im ersten bzw. zweiten Tag. Jetzt ist das Spiel ursprünglich von Scorpio Masqué auch in einer deutschen Version erschienen, und zwar bei Huch. Autoren sind Fabien Gridel und Jean Levé. Es ist ein Spiel für 1-4 Personen. Könnt ihr also auch solo absolvieren. 20 Minuten und Anspruch bzw. das Alter, 14 Jahre. Ich glaube, da werde ich am Ende im Fazit noch ein bisschen was dazu sagen. Das Loch oder der Lochkartencomputer, man sieht es auch hier, wirklich klasse gemacht, auch vom Design. Und als Hintergrundinformation, bevor ich einsteige in das Spiel, weil der britische Mathematiker und Kryptoanalytiker Alan Turing leistete einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Computern. Und ihr könnt hier einen Prototyp eines Computers nutzen, der ohne Strom und Elektronik funktioniert. Setzt die Lochkarten clever ein. Die sind nämlich auch in diesem Spiel beigefügt. Und findet den Geheimcode. Der Geheimcode besteht aus den Zahlen zwischen 1 und 5, und zwar eine blaue, eine gelbe und eine lelane Zahl. Das als Information und die Anleitung, die benötigt ihr quasi nur für die ersten Partien. Um reinzukommen in das Spiel, aufgebaut, habe ich es nämlich bereits. Weil in dieser Anleitung, in dieser Übersicht sind 20 Aufgaben dann dargestellt. Keine Sorge, es gibt Millionen von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten bzw. Rätselaufgaben. Da gibt es auch QR-Codes, also da könnt ihr bei weit noch weit und ja, unendlich weit rätseln. Also 20 Aufgaben sind vorgegeben und die erste Aufgabe, ohne jetzt zu viel zu verraten, die habe ich jetzt schon mal hier platziert. Das heißt, in der Aufgabe schaut ihr, legt ihr das Tableau aus und ihr schaut einfach, welche Zahl ihr benötigt für welchen Abschnitt. Und legt dann auch die jeweilige Karte. Und das sind wirklich sehr viele Karten, abhängig von der Zahl, je nachdem welche Seite, die legt ihr dann für euch ab. So, das A ist ein bisschen verwischt, deswegen mache ich hier nochmal ein Kreuzchen für das A, weil wir hier an der A-Seite sind. Hier für die B, hier für die C und hier für die D-Seite. Warum verwischt bzw. warum macht man das Kreuzchen? Man nimmt ja später diese Karten durchaus auf die Hand, natürlich gepaart mit diesen Lochkarten. Und damit man es wieder zuatmen kann, hat man hier einfach ein Kreuz draufgesetzt, ist abwischbar und legt es dann wieder hier daneben. Jeder Spieler bekommt ein Blatt und für die erste Partie empfiehlt es sich durchaus, das mal gemeinsam zu spielen, damit ihr reinkommt in dieses Spiel. Ja, E bzw. F habe ich durchgestrichen. Die spielen hier jetzt gar keine Rolle. Aber hier gilt es jetzt quasi, den Code herauszufinden. Ihr habt mehrere Tipps. Ihr könnt euch hier Dinge durchstreichen, Dinge eingreisen, um auf den Code zu kommen. Natürlich euer Name, eure Lösung. Und damit ihr gewisse Anmerkungen habt, je nach Versuch, was ihr unternimmt, habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, gewisse Hinweise, Ergänzungen hier unten einzutragen. Damit habe ich alles heute vorbereitet. Übrigens hier daneben seht ihr den Stapel an Kasen. Das ist wirklich sehr variabel. So viel zur Hinweise mit QR-Code. Da habt ihr Millionen von weiteren Codes, die ihr dann lösen könnt. Aber kleine Anmerkung, vielleicht in der ersten Partie versucht ihr es kooperativ zu lösen. Ein, zwei Beispiele gibt es auch in der Anleitung. Und wenn ihr dann wirklich separat für euch spielt, dann habt ihr so einen Sichtschirm. Auf der Rückseite bzw. hier auf dem Tableau gibt es dann nochmal ein paar Hinweise, was man machen muss. Weil das Erste, was ich machen muss, stelle deine Eingabe zusammen. Ich habe ja hier verschiedene Lochkarten. Die werden am Anfang einfach aussortiert. Übrigens, das passt auch perfekt in die Spielschachtel. Nur die vorderen Elemente stapelt ihr. Und hier habt ihr die Werte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind die Zahlen und gleichzeitig natürlich auch die diversen Kombinationen. Was ich also mache vor Spielbeginn und schaue ich mir natürlich da an, was der Computer hier ausspuckt. Was er hier sagt. Was die einzelnen Elemente. Was prüft der Computer. Das heißt, hier schaut man sich die einzelnen Karten an. Und dann stelle ich mir, ich habe jetzt einfach mal gleich drei rausgegriffen. Dann nehme ich mir drei Zahlen hier aus diesem Ständer heraus und stapel die einfach aufeinander. Ja, es könnte sein, dass der ein oder andere auch die gleichen Zahlen dann haben will. Da muss man im Moment warten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Also, die Downtime hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe auf jeden Fall hier mal die drei Karten ausgewählt. Und jetzt geht es darum, mit der Eins, Zwei und Eins einen Hinweis zu bekommen. Den Computer abzufragen natürlich, was denn sein könnte, was ich dann abprüfen kann. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier diese Karte nehmen. Und hier heißt, der Computer prüft blau im Vergleich zu gelb. Blau ist kleiner als gelb. Blau und gelb sind gleich. Beziehungsweise blau ist größer als gelb. So, das ist die Karte. Und jetzt nehme ich diese Karte zu mir. Ich zeige es erst mal hier in die Kamera. Oder ich zeige es am besten hier. Da ist es am besten. Hier seht ihr auch die Abschnitte in den Ecken. Und dann legt ihr die Lochkarten einfach hier drauf. Und das Ergebnis behaltet ihr natürlich für euch. Es sei denn, ihr spielt am Anfang gemeinsam. Dann könnt ihr euch natürlich auch darüber unterhalten. Weil gleichzeitig macht man ja auf seinem Blog auch seine Hinweise und Ergänzungen. Aber das ist der erste Tipp, den ich versuche. Das heißt, der erste Test, den ich dann durchführe. Weil mit diesen Karten führe ich bis zu drei Tests durch. Und deswegen mache ich jetzt ja auch hier beispielsweise ein Kreuz bei C, weil ich diesen Test dann durchgeführt habe. Je nachdem Kreuz und ein Haken, was hier dargestellt wird. Also habt ihr gleich ein weiteres Element mit integriert. Hier ist ein Haken. Und ich habe ja die 1, 2 und die 1. Und jetzt schaut man sich mal die Karten dann an. Und dann wird es auch klar. Wichtig, ihr schaut immer die Blau und die 2 wird ja jetzt verglichen. Das heißt, Blau ist kleiner als Gelb. Und das wird auch korrekt dann gezeigt. Blau und Gelb sind gleich. Das wird auch hier gezeigt. Wobei man sich hier wieder auf die Karten zu konzentrieren muss. Also immer eine Aussage ist richtig. Und Blau ist größer als Gelb. Naja, hier seht ihr ja auch die Anordnung. Also wir bekommen hier auf jeden Fall schon mal einen Hinweis, was jetzt die kleine 1 bzw. die 2 angeht. Aber das müssen nicht die Zahlen der Lösung sein. Wir wissen aber jetzt auf jeden Fall die Option. Das heißt, die Aussage, die korrekt ist. Und das trägt man natürlich ein. Wir haben ja hier eine korrekte Aussage. Beziehungsweise macht sich Notizen bei C hier im unteren Bereich. Und kann natürlich hier schon mal ein paar Punkte draufschreiben. Je nachdem kann man vielleicht auch schon Zahlen streichen. Das hängt natürlich immer von der Aufgabe ab. Aber ihr nähert euch so zumindest etwas der Lösung. Blau ist also kleiner als Gelb. Weil ich natürlich für mich, die Mitspieler sollten das nicht erfahren. Klar, erste Partie spielt ihr gemeinsam. Aber das habe ich notiert und ich nehme mir da was Neues. Übrigens natürlich, das Tableau muss ich zurücklegen. Deswegen auch hier das Kreuz bei C. Das lege ich natürlich hier zurück und suche mir den zweiten Test aus. Das mache ich mit drei Tests und notiere sich. Ja und wenn man das dann gegeneinander spielt. Das heißt, jeder hat seine Lochkarten. Jeder hat seine Aufgaben. Jeder sucht natürlich die Zahlen hier raus. Die ich dann einfach wieder zurücksortiere in das System. Und am Ende, beziehungsweise am Ende der Runde, da kann man natürlich sagen, hat jemand die Lösung. Kann man mit Daumen hoch und Daumen nach unten. Ich glaube, so wird es auch in der Anleitung gezeigt. Aber man fragt einfach, ist sich schon einer sicher? Hat schon jemand die Lösung parat? Aber ansonsten geht es in eine nächste Runde. Den richtigen Code kann man natürlich abprüfen. Gerade bei den ersten 20 Beispielen. Ich glaube, das zeige ich euch jetzt an dieser Stelle gleich. Das heißt, am Anfang hat man ja die Wahl zwischen diesen 20 Aufgaben. Und hier auf der Seite wird natürlich auch die Lösung natürlich mit der Rückseite dann gezeigt, was jetzt die Lösung dieser ersten 20 Aufgaben ist, bevor man sich quasi weiteren Online-Aufgaben dann widmet. Und da muss man einfach mal schauen. Braucht der Jörg noch eine weitere Runde? Er braucht meistens noch eine weitere Runde. Noch viele weitere Runden, bis er dem Ergebnis näher gekommen ist. Oder hat schon jemand die Lösung parat? Dann kontrolliert man es natürlich. Und der oder diejenige hat natürlich das Spiel gewonnen. Und so kann man sich dann quasi weiteren Aufgaben, weiteren Rätseln dann widmen. Solange man Lust hat. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Turing Machine. Ja, ursprünglich in einer englisch-französischen Version. Herbst 2022 bei Scorpion Masqué erschienen. War recht schnell ausverkauft. Erster, zweiter Tag war das Spiel weg. Und jetzt mittlerweile in einer deutschen Version bei Hochautoren Fabien Gridel und Jean Lévé. Ein Spiel, was 20 Minuten dauert. Ich muss lachen. Bei mir geht es ein bisschen länger. Wenn ich es auch alleine spiele. Man kann es ja spielen, auch Solo 1 bis 4 Personen. Dann geht es ein bisschen länger. Wenn man es mit pfiffigen, jugendlichen, erwachsenen spielt, dann geht es 10, 15 Minuten. Hängt immer von der Anzahl der Aufgaben ab, die er dann absolviert. Aber dann geht es auch recht flott. 14 Jahre steht drauf. Aus meiner Sicht hätte man das Alter anheben können. Weil ich tue mir ja schwer bei diesem Spiel. Ich habe übrigens noch nie gewonnen bei diesem Spiel. So oft ich es schon gespielt habe. Aber 14 Jahre, ja oftmals auch Material, vielen anderen Dingen geschuldet. Und aus meiner Sicht, wo wir es auch schon gespielt haben, mit der Familie, mein Sohn spielt es ja auch. Also wenn die Kinder recht fit sind, durchaus ein Spiel ab 5. Klasse. So 10, 11 Jahre hätte man durchaus draufschreiben können. Ich kann mir das Spiel auch super in der Schule vorstellen. Je nachdem ihr Unterricht, Mathematik, um solche Dinge dann anzuwenden. Die Maschine, die Auswertung. Das ist wirklich klasse gemacht. Aber ich gebe es zu. Ich spiele es gerne kooperativ. Da gewinne ich dann auf jeden Fall auch mal. Und wir haben wenig Anläufe. Aber ich tue mir schwer bei diesem Spiel. Ich brauche sehr viele Anläufe, bis ich auf die Lösung komme. Ich notiere mir alles mögliche auf dem Blatt. Mache irgendwelche Verzweigungen etc. Und links und rechts wird immer geschmunzelt und gelacht, was der Jörg denn sich hier wieder alles notiert. Weil wenn ich am Mainz so denke, dann notiert sich groß gar nichts. Der hat hier ein paar Anläufe. Dann hat er schon die Lösung parat. Das ist schon ein bisschen verrückt. Und damit bin ich auch schon beim Spaßfaktor. Weil das Spiel, ihr habt es gemerkt, noch nie gewonnen. Es fällt mir schwer reinzukommen. Also der Spaß blieb bei mir auf der Strecke. Es ist kein Spiel für mich. Definitiv nicht. Ich habe es jetzt gerne gespielt. Mitgespielt. Und ich habe es euch jetzt auch gerne präsentiert. Und ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wenn ihr es schon gespielt habt, sagt ihr auch, mir geht es so wie der Jörg. Das verwirrt mich total. Oder sagt ihr, Mensch Jörg, das Spiel ist klasse. Das ist super gerade, dieser Effekt. Und es kommt ja in der Allgemeinheit, was ich jetzt auch teilweise auf Board Game Geek etc. Oder auf Messen insbesondere gesehen habe, wo es oft gespielt wurde. Das kam mir super an. Übrigens auch mein Sohn erklärt mir mehrfach die Lösung, wie er denn jetzt da drauf gekommen ist. Ich glaube, ich hätte noch 5, 6 Anläufe gebraucht. Also da merkt man auf jeden Fall die Unterschiede. Aus meiner Sicht ist es schon ein bisschen ein spezielles Spiel. Aber ein Spiel, was definitiv die Zielgruppe trifft. Und es gibt viele, die genau solche mathematischen Spiele dann mögen. Jetzt ohne sich zu vertiefen. Aber man muss schon konzentriert ans Werk gehen mit den Zahlen, mit der Analyse, um sich das zu notieren. Und der eine oder andere braucht hier nur ein paar Versuche. Und dann kommt ihr sofort auf die Lösung. Wichtiger Hinweis, es sind ja 20 Aufgaben der Anleitung. Und dann denkt man, ja, jetzt spielen wir mal 1, 2, so und dann gehen wir mal zu 15. Macht diese großen Sprünge nicht. Die Aufgaben, die steigern sich aus meiner Sicht im Schwierigkeitsgrad, bleibt niedrig und geht die einzelnen Level erstmal durch. Und später könnt ihr auch eine dieser Millionen weiteren Aufgaben im Internet nachvollziehen. Beziehungsweise dann auch mal spielen. Also, wie gesagt, kein Spiel für mich. Aber ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Spiel. Was, ja, vom Design richtig gut gemacht. Das Einzige ist das Inlay. Das Insert, das kann man quasi vergessen mit der Cardonnage. Das hätte man auch gleich weglassen können. Dann hätte man Zipptüten beifügen lassen können. Das wäre bei Weitem besser gewesen als das Insert auf diese Art und Weise. Aber ansonsten hier von dem Design, wenn man das dann hat, je nachdem im Regal. Das ist ein absoluter Hingucker. Aber aus meiner Sicht schon ein besonderes, aber auch ein spezielles Spiel. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, das waren alle Infos. Wie gesagt, Beispiele gibt es nochmal in der Anleitung. Wenn ihr sagt, ja, ich bin jetzt doch nicht so klar gekommen, was du jetzt hier erzählt hast. Also, ein, zwei Beispiele gibt es nochmal, um einen heranzuführen an das Spiel. Wie gesagt, absolviert es je nachdem der ersten Partie gemeinsam. Spätestens dann werdet ihr es auch gegeneinander spielen. Und dann schauen wir mal, wie wenig Versuche ihr, je nach Level, dann benötigt. Das zu allen Informationen. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.